Amir Rannam Amir Rannam Hallo und willkommen. Ich bin Amir Rannam und ich komme aus Palästina. Und ich bin Samar und ich komme aus Syrien. Den F1 Klasse Ja, aber das ist gut. Das ist super. Bist du bereit? Du kannst die Kamera einschalten. Läuft noch nicht? Einschalten. Möte. Grossgott. Jetzt der sehr große Schritt. Der RefugeeTV-Media-Summit. Jetzt ist die Akademie der RefugeeTV für die Medien, für die BeginnerInnen und auch für die EnglisterInnen. Heute waren 20 Jugendliche im Workshop. Es wurden vier Beiträge produziert. Ein Team hat die Köche besucht. Ein Team hat die Leute bewirkt. Ein Team hat eine Fußball-Challenge gemacht. Und ein Team hat mit RefugeeTV-Reporter der Armand gesprochen. Letzte Woche hat er in Flüchtlingslager in Edomini getreten. Das ist ein Team. Hallo, mein Name ist Samir Khan. Was machen in Salzburg? Was machen in Salzburg? Was machen in Salzburg? Das sind ungefähr 14.000 bis 15.000 Flüchtlinge. Und die Situation war echt schrecklich. Da gab es keine Hilfe von griechischer Regierung und der EU. Da sind nur ehrenamtliche Volontäre beschäftigt. Und die helfen den Flüchtlingen. Hier sieht man mehrere Flüchtlingskinder. Und die brauchen ein bisschen Glück oder Freizeit, Beschäftigung. Und ich habe mit den Kindern gespielt und habe auch Spende gegeben. So Schokoladen und sowas. Und die armen Kinder, die brauchen auch Aufmerksamkeit. Die brauchen Hilfe. Und wir müssen auch so denken, dass die Kinder, die sind auch wie unsere Kinder. Wir haben auch zu Hause unsere Kinder in einem Luxusleben. Aber die Arme, die haben nur Plastikzelten und die haben nicht viel zu messen. Die kriegen keine Spielzeuge, keine Freizeitbeschäftigung. Und es hat mich echt wehgetan. Wie lange warst du in Edomini? Also ich war ungefähr eine Woche in Edomini. Und da haben wir unsere nächste Rapportage für RefugeTV gedreht. Was haben die Flüchtlinge sich gewünscht? Und was haben die von der EU erwartet? Also wissen Sie schon, dass die Lage und die Situation ist echt grausam in Edomini. Und die wollen natürlich weitergehen. Die wollen nicht in Türkei bleiben oder in Griechenland. Und jeder hat sich gewünscht, dass so bald wie möglich die Grenze wieder geöffnet wird. Und die dürfen oder die konnten dann weitergehen. Und jeder hat eine Hoffnung gehabt. Hoffnung für eine bessere Zukunft. Hallo, ich bin Sirkana. Ich komme aus Äthiopien. Ich bin 17 Jahre alt. Heute sind wir bei FS1 und wir haben Leute befragt. Hallende heiteln. Lost – warm. Salzburg. Familie. Freiheit Luft. Leben. Leben hat leider nicht jeder. To say what you think, not harm others. Leben genießen. Liebe. Liebe, ein schwieriges Unterfangen. Organisch. Sich auflösen. The goal. Wahnsinnige Gefühle. Krieg. The most danger. Dunkel und kalt. Schrecklich. Krieg. Krieg ist Katastrophe. Okay, Zukunft. Zukunft. Zukunft, Träumen und Wahrheit. Ich hoffe, es wird besser als jetzt. Schwierig. Zukunft ungewiss. Danke. Danke, Sir. Ich bin Amir Ghannam. Ich bin Amir Ghannam. Ich bin Amir Ghannam. Ich bin Amir Whir third. Ich bin Amir Dank. Ich bin Amir Ghannam. Ich bin Amir Ghannam. Aber ich bin Amir Geld. die eine Herausforderung gewinnen wollen. Du magst den Fußball? Ja, sehr. Was ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist eine gute Frage. Ich würde sagen, für heute ist es Austria Salzburg, der traditionelle Fußballklub von Salzburg. Ich bin in Styria geboren, also mein Lieblingsspiel ist Sturm Graz. Und du magst den Fußball? Ist das ein Fußball oder nicht? Partlich. Die Austria-League ist nicht auf einem Top-Level, also ich mag die internationale Herausforderungen. Okay, gut. Eine gute Antwort. Wie du siehst, haben wir hier ein Fußball und hier ein Karten mit einem Hall. Wir wollen eine Herausforderung zwischen dir machen. Wer ist der Fußball? Wer ist der Fußball? Sturm Graz. Ja, Sturm Graz. Sind Sie bereit für die Herausforderung? Ja, wir sind bereit. Und du? Ich bin bereit. Okay, los geht's. Hast du den Fußball? Nein, ich mag wirklich den Fußball. Okay, also hast du keine Lieblingsspiel für dich? Nein. Okay. Und was ist dein Name? Mein Name ist Arman. Und du magst den Fußball? Ja, ich mag den Fußball. Und was ist dein Fußball? FC Bayern. 100-100. Hallo und willkommen. Ich bin Samar. Ich komme aus Syrien. Heute bin ich in Salzburg in der Refugio TV Media Summit. Jetzt bin ich in der Küche. Und ja, lass uns sehen, was die Leute hier machen. Hallo. Hallo. Wie bist du und was machst du hier? Hallo. Ich bin Amjad. Ich bin Syrien. Ich bin hier bei Kuchen. Ich bin hier bei Kuchen. Ich bin hier bei Kuchen. Ich bin jetzt bei Kuchen. Ich bin hier bei Kuchen. Es ist bekannt in Syrien und sehr lecker. Und ich hoffe, dass ich es mag. Okay. Können Sie dich sagen, wann die Kuchen wird bereit? Ja, es ist bereit für eine Stunde. Aber es ist okay. Und warum bist du wirklich hier bei Kuchen? Um, die Refugio TV hat mich auf Kuchen. Und ich komme hier bei Kuchen. Und ich mache einige Kuchen aus Syrien. Und mein Freund kommt mir zu helfen. Und ich habe mein Freund, er ist aus Pakistan. Und ich habe Freunde aus Afghanistan. Und wir fühlen hier viel Spaß. Danke. Ich freue mich sehr, diese leute Kuchen zu haben. Vielen Dank. Hallo. Was machen Sie da in der Küche? Ja, hallo. Wir haben einen großen Hunger. Es riecht alles so gut hier. Und wir warten. Ja, das ist gut. Hallo. 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 Wie sind Sie und was kochen Sie für uns heute? Ich bin Shabab Hussein. Ich komme aus Pakistan. Heute küche ich vor diese Refugio TV. Das ist pakistanische Essen. Und jetzt habe ich diese Kartoffeln mit Kickeräpse in mir. Ich hoffe, das schmeckt gut. Ja, ich glaube, das ist sehr lecker. Danke. Bitte. Was machst du in der Küche heute? Also, warte ganz kurz. Ich zeige dir, was ich mache. Essen? Ja, Essen. Natürlich. Ja, genau. Weißt du was? Ich bin so groß. Sorry. Darf ich mal? Darf ich mal? Na, bitte schön. Das ist nur für mich. Kannst du aber probieren. Ja. Nein. Danke. Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei fahrt. Ja, heute haben wir vieles gelernt und Spaß gehabt. Hallo, grüß Gott. Was machst du? Ja. Ja, 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 ich will. Ich habe jetzt alles. Ja, ja, ja. Das sind die Zeit, das sind die Zeit hervorragend. Gut, wie es wird. Ja, ja, ja. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Vielen Dank. Tschüss. Will ich warten? Ist es zu einem, Synclair? Ich will. Tschüss. Auf Wiedersehen! Ein Team hat die Küche besucht. Ein Team hat die Leute bewirkt. Ein Team hat einen Fussball gemacht. Challenge! Challenge! Okay!